Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM. Wie? Das prognostiziert die Forschungsgruppe WieMobile an der Universität Augsburg. Kai Pustschi leitet die Forschungsgruppe seit 2001 und hat mit Juliane Neubauer über seine Forschungsergebnisse und Visionen gesprochen. Was macht die mobile Technologie mit uns und wie verändert sie unseren Alltag? Diesen Fragen möchte Wirtschaftsinformatiker Kai Pustschi seit 2001 auf den Grund gehen. Pustschi sieht die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Veränderungen, die die Smartphones in den nächsten Jahren herbeiführen werden, geradewegs auf uns zukommen. Noch vor wenigen Jahren galt man als exot, wenn man ein Smartphone in der Tasche hatte. Das hat sich rapide gewandelt, erklärt Kai Pustschi. Jeder hat so ein Ding. Fast jeder findet es praktisch. Es sieht eigentlich harmlos aus. Aber wenn Sie mal tiefer reinschauen, dann sehen Sie, dass die wahre Veränderung, die diese Technologie bringt, sich auf Daten bezieht. Die heutigen Smartphones sind in allererster Linie IT. Das ist das Mittel, mit dem die IT das tagtägliche Leben durchdringt. Das kann man jetzt gut finden oder schlecht finden, aber das ist einfach eine Tatsache. Keiner kennt uns so gut wie unser Smartphone. Es weiß, was wir kaufen, mit wem wir sprechen, wo wir uns befinden. 95 Prozent aller Daten, die es derzeit auf der Welt gibt, sind in den letzten acht Jahren entstanden. Die Masse dieser Daten stammen aus unseren Smartphones. Pustschi erklärt, wie diese Daten schon bald die Welt verändern könnten. Denn die Daten, die in unseren Smartphones und vielleicht auch bald in unserer Smartwatch zusammenlaufen, werden Unternehmen aktiver denn je nutzen. Sie sehen, welche Seiten er sich im Internet anschaut. Sie sehen, was er in Suchmaschinen eingibt. Sie sehen vielleicht, wie er darauf reagiert. Künftig, wenn Sie so eine nette Uhr tragen, wissen Sie auch, was sein Blutdruck macht, wenn er den Artikel liest. Und wenn Sie all diese Daten zusammenfügen, dann kennen Sie den Nutzer schon sehr, sehr, sehr gut. Und jetzt gibt es viele, die sagen, diese Unternehmen sind böse. Die sind aber gar nicht böse, sondern die sind wirtschaftlich organisiert. Sie wollen zu etwas, das man als Forscher universelle Empfehlungsmacht nennen könnte. So könnten Unternehmen schon bald wissen, was wir noch dringend brauchen und kaufen sollten, noch bevor wir es selbst merken. Sie wissen, wie sie uns dazu bringen, bei bestimmten Anbietern zu bestellen, wann ein guter Zeitpunkt ist, uns mit einem Angebot zu locken. Sie wissen, ob wir besonders auf bekannte Marken, Preisreduzierung, zusätzliche Garantie reagieren. Diese Datenmenge ist sehr wertvoll, sagt Kai Pusci. Wenn Sie all das wissen über den Kunden, dann können Sie zu den Händlern gehen und fragen, was bietest du mir, wenn dieser Kunde bei dir kauft? Die Mikroökonomie erstes Semester lehrt uns, was dann passiert. Das machen Sie so lange, bis der Händler gerade kein Geld mehr verdient. So lange bietet Ihnen immer irgendein Händler noch etwas mehr für den Kunden. Und damit können Sie unglaublich viel Geld verdienen. Apple, Google, Facebook, Ebay, Paypal, Amazon – sie alle versuchen, die Datenhoheit über uns Nutzer zu erlangen. Um das zu schaffen, investieren sie Geld in Betriebssysteme oder zum Beispiel Smartwatches, die Ihnen noch mehr über uns verraten. Wirtschaftswissenschaftler Kai Pusci spitzt seine Marktbeobachtungen zu. Daten sind das Öl des 21. Jahrhunderts. Auch wenn es beunruhigend ist, dass eine unbekannte Instanz diverse Dinge über uns weiß, kann es auch Vorteile haben, beschreibt Pusci. Nicht nur, dass man weniger und dafür zielgerichtete Werbung bekommt, im Zweifel könnte es uns sogar das Leben retten. Dass wir etwa Ursachen für Krankheiten erkennen, dass wir vielleicht Prognosen möglich machen, dass wir jemandem 24 Stunden, bevor er vermutlich einen Herzinfarkt hat, mit einer Wahrscheinlichkeit über 90 Prozent warnen können. Oder vielleicht warnen wir ihn nicht selbst, damit er bei mir halt der Nachricht an den Herzinfarkt kriegt, sondern wir warnen vielleicht seinen Arzt. Das alles könnte durch Datenzusammenführung möglich werden. Die kommerzielle Seite ist nur ein Teil davon. Noch können die Daten von den verschiedenen Anbietern nicht sinnvoll zusammengefügt werden, um die Angebote zu optimieren. Aber das sei nur eine Frage der Zeit, sagt Kai Pusci voraus. Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.